Sie hören den Artikel Gebäude der Bundespressekonferenz aus Wikipedia, der Freien Enzyklopädie mit dem Stand vom 9. Januar 2013. Der Inhalt steht unter der Lizenz Creative Commons Attribution Share-Alike 3.0 Unported und unter der GNU-Lizenz für freie Dokumentation. Gesprochen von Dennis Traub. Gebäude der Bundespressekonferenz Das Gebäude der Bundespressekonferenz ist Sitz der gleichnamigen Journalistenorganisation. Zu unterscheiden ist hierbei der am 8. Mai 2000 eingeweihte Neubau in Berlin und der frühere Sitz bzw. die heutige Außenstelle in Bonn. Berlin Das Gebäude in Berlin ist ein Neubau an der Kronprinzenbrücke gegenüber den Parlamentsbauten im Spreebogen. Errichtet wurde es nach Plänen der Architekten Nalbach und Nalbach. Der mit einem Glasdach überspannte Innenhof fungiert als Lobby des über eine große Freitreppe zu erreichenden Pressesaales mit seinem charakteristischen, aus der Fassade ragenden großen Panoramafenster. Das Haus ist mit moderner Kommunikationstechnik ausgestattet. Es beherbergt auch die im Verein Bundespressekonferenz e.V. organisierten Politikberichterstatter, vornehmlich der Printmedien. Ein Bistro und Restaurant ist auch für die Öffentlichkeit zugänglich. Im Erdgeschoss des Hauses befindet sich ein Tagungszentrum mit mehreren Veranstaltungsräumen. Dieser Bereich gehört nicht zur Bundespressekonferenz und kann gemietet werden. In Bonn ist die Bundespressekonferenz im sechsgeschossigen Pressehaus im Tulpenfeld untergebracht. In dem an beiden Längsseiten verglasten Saal wurden die Konferenzen von 1968 bis zum 4. August 1999 abgehalten. Erkennungszeichen der Bundespressekonferenz war dort eine meterhohe, mit Quadraten versehene Mahagoni-Wand. Seit dem Umzug nach Berlin befindet sich dort die einzige Außenstelle der Bundespressekonferenz. Sie hörten den Artikel Gebäude der Bundespressekonferenz Gesprochen am 9. Januar 2013 von Dennis Traub Der Artikel findet sich unter www.de.wikipedia.org-wiki-gebäude-der-undespressekonferenz. Eine Versionsgeschichte mit den Autoren findet sich dort unter dem Link Versionsgeschichte. Der Artikel steht unter der CCBYSA 3.0 Unported sowie der GNU-Lizenz für freie Dokumentation. Die Lizenzbestimmungen können in der Wikipedia oder unter www.creativecommons.org und www.gnu.org nachgelesen werden. Die Lizenzbestimmungen Untertitelung des ZDF, 2020